Lalalalalalalalalalalra Okay, einsteigen bitte! Ich bin vergesst! Okay. Alter. Egal. Ach, Moment. Da muss ich gleich was machen. Okay. Mann, wo... Wo kann ich überhaupt die... Munition? Mensch. Was ist da? Da? Nein. Hä? Nein. Ach, egal. Hätte ich ihn später ausschünden müssen. Hätten sollen. Okay, okay. Okay. Und hier komme ich! Oh, 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 oh. Ey, Junge, Junge! Bleibt cool, Alter. Bleibt cool! auch falls jemand fragt warum ich die verbandskästen verbandsbänder nicht nehme das hat da logischen grund weil ich so etwas auch nie gemacht ob die gebraucht habe ja moment die muss gut sein bei der einstellung beziehungsweise bei der das taturbelegung aber kurz waffensteuerung schießen summen preuste siedlerwaffe pistole ich will wissen wie man die muniz alter ach da und da es trägt beziehungsweise steuerung taste okay sagt es doch gleich habe ich die ganz normale pultpistolen munition okay 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 ihr seid ihn darüber machen ja euer k.i. wird da nicht besser alter du lebst immer noch die vier kopfschüsse gegeben alter das war fast wie chuck royce aha was habe ich bekommen stahlkling aha ich werde die wende mit dem flucht begriff ey junge jungen die sind echt scheiß flink die sind echt flinke gegner wo sie echt sagen okay gab es da irgendwas nein leider nicht na okay schott der munition wird hoffentlich bereichen okay elektro auch so als wettig was gab es doch glaube ich auch secret oder nicht wenn da gab es echt nichts okay ach das ist ja der schaut wohl tot aus okay gehen wir jetzt wieder den weiten weg zurück wow okay gute reflexe mein lieber schuld äh äh woher kommt ihr denn jetzt auf einmal her meine fresse da gibt es nix da hab ich schon um bestreicht shotgun schüssen wirst aber wird aber jedermann hins selbst chuck norris okay chuck nur ist nicht aber genauer typ okay ok kurz eisdee trinken ganz kurz ich weiß ob man das vielleicht hört das ist echt gut weil eisdee habe ich so lange nicht mehr getrunken ok ok let's go let's go the body let's go yeah let's go okay es hat immer die schnauze halten wieder der autofahrer ich bin der autofahrer 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 ja ok das geht aber los hier mensch wie kriege die das nochmal muss den da oben doch irgendwie treffen kann ich würde schauen dass sie das spiel auf hundertprozentig fertig mache war okay muss ja mal bei youtube schauen wie das überhaupt geht ok ok weiter hier mit der ganzen spaß ok ok kann ich da fuhr fahrzeug schnell zu verabschieden objekte wie der schild können ok leben und tod bedeuten beschaffe dir moment ok das verstehe ich noch nicht ganz egal hallo den hager schön dich wiederzusehen hatte dich schon fast abgeschrieben und du hast den archenanzug weggeworfen könntest glatt als einer von uns durchgehen ist der alte clayton durchgekommen aber natürlich mir ist klar dass du einiges riskiert hast um uns die sachen zu bringen ach das ist kein problem große hilfe sein mache ich gerne meine schulden immer bezahle will ich dir mein lieblingsbaby schenken die desert striker armbrust geniale waffe doppelt so stark wie ein bogen und völlig lautlos super vielen dank denn hara nun zu den schlechten nachrichten wir haben nicht weit von hier patrouillen der regierung gesehen müssen erfahren haben dass sich hier ein archenbewohner rumtreibt warte in wellspring bis sich die bogen geglättet haben und viel glück mein freund gerne gerne hast du noch was zu sagen du hast uns wirklich sehr geholfen wäre nicht schlecht jemanden wie dich weiter hier zu haben okay gut 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 okay hallo hey partner lust ihr meine waren meine fresse ihr müsst immer so lange reden möglicherweise was das dir gefallen könnte auf jeden fall weiß ich doch was ist das da durch die schilder kurze zeit allen schaden von ok ist billig herrn aha ok na ja soja als auf jeden fall werde dies nicht kaufen weil ich weiß doch was eine türe eine spezielle secret türe ist wo man die waffe umsonst bekommt beziehungsweise findet ok ein paar krempel und stofflappen ich theoretisch kann ich die verbandskämpfer gestern weg 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 machen aha weg das brauche ich noch weg brauche ich noch brauche ich noch brauche ich noch